Der 69. Landesverbandstag der Dachdecker auf der Festung Ehrenbreitstein. An historischer Stätte trafen sich mehr als 450 Gäste und erlebten einen Tag voller Information und erstklassiger Unterhaltung. Wobei auch der fachliche Austausch nicht zu kurz kam. Landesinnungsmeister Johannes Lauer begrüßte die Berufskollegen und ihre Familienangehörigen, sowie zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Darunter Julia Klöckner, die als CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzende Rheinland-Pfalz ebenfalls das Wort ergriff. Kurt Krautscheidt, Präsident der Handwerkskammer Koblenz und selbstständiger Dachdeckermeister, ging ebenfalls auf die Bedeutung seines Handwerks ein und sprach auch das Schwerpunktthema des Landesverbandstages an, das in der Nachwuchsarbeit gesetzt wurde. Entsprechend fiel auch das Unterhaltungsprogramm aus, das von Jugendlichen mitgestaltet wurde. Das bunte Programm aus Dachdecker Challenge aus Show und Information kam gut an beim Publikum und die Dachdecker erlebten einen kurzweiligen und spannenden Verbandstag an einem außergewöhnlichen Ort. Mit außergewöhnlichen Augenblicken. Für die Dachdecker-Jugend selbst zählte sicherlich die Übergabe ihrer Schmuckgesellenbriefe dazu, die im Rahmen der Feier stattfand. Im Kurzfilm wurden drei von ihnen vorgestellt, die auf Erlebnisse, persönliche Pläne und Perspektiven mit dem Dachdeckerhandwerk eingingen. Drei Jahre Leerzeit liegen hinter ihnen. Für Robin Kmetzsch, Roman Derr und Kevin Ludwig läuft gerade die heiße Phase der Vorbereitung auf die alles entscheidende Gesellenprüfung. Hier im Bundesbildungszentrum des Deutschen Dachdeckerhandwerks in Main wird jedoch nicht nur jetzt fleißig am Modell geübt. Dachdeckerinnen und Dachdecker erlernen im Laufe der Aus- und Weiterbildung traditionelle Fertigkeiten und Materialien kennen, stellen sich aber auch neuen Anforderungen in Material und Technik. In der praktischen Prüfung wird es dann heißen, diese Kenntnisse und Fertigkeiten in die Tat umzusetzen und in einer Stresssituation die beste Leistung abzurufen, auf den Punkt genau konzentriert zu sein. Dennoch, bei allem Schweiß, der hier in Main bei hochsommerlichen Temperaturen fließt, möchte doch keiner der drei angehenden Dachdeckergesellen tauschen. Dachdecker sein, das ist hier eben nicht bloß irgendein Berufswunsch. Und die Motive zur Berufswahl ist unterschiedlich wie die Junghandwerker selbst. Ich kam von der Schule runter, wusste nicht wirklich, was ich machen soll und von daher hatte ich auch keine feste Richtung. Da dachte ich mir, komm, probierst du es mal da. Praktikum gemacht, hat mir direkt sehr gut gefallen und dann habe ich auch die Ausbildung dort begonnen. Meine erste Ausbildung habe ich begonnen mit 16. Die habe ich begonnen und ich habe schon, glaube ich, sechs Ausbildungen angefangen, um selber herauszufinden, welcher Beruf mir am meisten Spaß macht. Und dann bin ich halt beim Dachdecker hängen geblieben. Familientradition. Mein Urpa hat schon eine Firma gehabt, mein Urpa, mein Vater. Also war quasi schon vorher klar, was ich mache. Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre. Und trotz der ein oder anderen persönlichen Vorliebe, in der Gesellenprüfung muss alles sitzen. Flachdach, Steildach, Schiefer, Biberschwanz, Dachfahne und, und, und. Auf verschiedene Arbeitsproben bereiten sich Robin, Kevin und Roman im Abschlusslehrgang noch einmal vor. Welche dann am Ende ihre Prüfungsaufgaben sein werden, das weiß hier selbstverständlich noch niemand. Dass das Dachdeckerhandwerk eines der traditionsreichsten Gewerke überhaupt ist, das sieht man hier im Bundesbildungszentrum des Deutschen Dachdeckerhandwerks an jeder Ecke. Nach wie vor sind die klassischen Techniken, zum Beispiel die Schiefe-Eindeckung, sehr gefragt. Steigende energetische Standards und gesetzliche Vorschriften verlangen aber auch eine stetige Anpassung der Lerninhalte. Was braucht es zum Beispiel, damit ein Haus, den sogenannten Blower-Dortest, besteht, bei dem die Gebäudehülle auf ihre Luftdichtheit überprüft wird, je nach Bauvorhaben mittlerweile nicht nur empfehlenswert, sondern sogar Vorschrift. Und auch der erhellende Blick von oben kann mittlerweile ja auch ganz ohne große Mühen, Leitern und Kletterausrüstung erreicht werden. Dank moderner Copter-Technik sind Dachdecker heute ganz entspannt dem Dachschaden auf der Spur. Bei so viel Innovationspotenzial und Zukunftsfähigkeit, wo sehen die drei sich und ihr Handwerk in 20 oder 30 Jahren? Aussagen, mit denen auch ganz individuelle Zukunftswünsche verbunden sind. Nächstes Jahr habe ich vor, einen Meister zu machen. Und dann noch ein bisschen Erfahrung sammeln als Meister. Und dann hoffe ich, irgendwann Betrieb leiten zu können. Ich habe vor, in den nächsten zwei bis drei Jahren, habe ich vor, den Meister anzufangen. Und je nachdem, wie gut es läuft, eventuell einen eigenen Betrieb, wenn es ganz gut läuft. Ich möchte natürlich meinen Beruf, soweit es geht, ausführen, nur für die Jahre. Jetzt bin ich noch jung, aber wenn ich halt eben älter werde, möchte ich mich da ein bisschen, ein bisschen zurückziehen, halt eben vielleicht Baustellenleitungen übernehmen oder Sonstiges, dass ich nicht mehr direkt voll auf dem Dach mit drauf bin, sondern mich da ein bisschen zurückziehen kann, aber trotzdem noch in meinem erlernten Beruf weiterbleibe. Mein Handwerk in den nächsten Jahren sehe ich, es wird sich halt eben viel verändern. Wir haben jetzt schon in den letzten paar Jahren immer mehr mit da reinbekommen. Zum Beispiel auch Zimmermannsarbeiten oder die Spenglerarbeiten kommen mit dazu. Jetzt Solartechnik und sowas, das ist ja immer alles weiter im Fortschritt. Und was ist jetzt das Besondere an eurem Beruf? Im Dachdeckerhandwerk lernt man viel fürs Leben, sage ich mal. Der Umgangston ist oft rau. Man muss sich viel zusammenreißen, man muss auch öfter Sachen machen, die einem nicht so gefallen. Und das stärkt dann halt eben dann für spätere Leben. Was halt eben auch sehr positiv ist, ist es halt eben die Hand-in-Hand-Arbeit mit deinen Kollegen. Das ist halt eben wie eine kleine Familie, sage ich mal, wo jeder sich gegenseitig hilft. Man hat eben große Aufgaben zusammen bewältigen kann, was man natürlich auch nicht außer Acht lassen darf, sind halt eben die großen Möglichkeiten, die generell das Handwerk bietet. Und vor allem, ich sage mal, mit dem Bildungsniveau, je nachdem was man hat, relativ hohe Verdienstmöglichkeiten und auch Aufstiegsmöglichkeiten. Von daher, wenn man als junger Mensch nicht unbedingt weiß, in welche Richtung man gehen sollte, würde ich auf jeden Fall schon mal den Schritt ins Handwerk wagen. Meine erste Ausbildung als Metzgerer Fachverkäufer, da hast du ja keine Aufstiegsmöglichkeiten. Und im Dachdecker hast du sehr viele Aufstiegsmöglichkeiten. Dachdecker ist schon ein Traumberuf, weil man kann sich viel fortbilden. Du kannst ja danach noch studieren gehen, kannst Ingenieur werden. Ja, kannst den Meister machen, kannst einen eigenen Betrieb aufmachen. Das kann man in vielen anderen Berufen, jetzt sagen wir mal nicht. Am Anfang fängt man klein an, man kommt immer klar, man traut sich nicht ganz auf die Höhe drauf, gewöhnt man sich langsam dran und dann immer mehr. Da darf man selber teilweise Fläche decken oder sowas, klar, man muss ja alles lernen. Nach und nach darf man immer mehr, dann macht es auch immer mehr Spaß. Das ist ja drei Jahre zusammen, jeden Tag auf der Baustelle und klar, man hält sich ja nicht nur über die Arbeit, was man da jetzt macht. Man redet über Familie, Freunde und sowas, was man gemacht hat am Wochenende, oder dass man noch den Rest vom Tag macht und dann entsteht eine Gemeinschaft. Ich bin mit allen Kollegen zusammen.